Leute, wo sind wir denn? Bei Firma Kurzwischer. Also hier ist ein unterneuer LKW und vier Stücken sind da. Ja Leute, hier haben wir eine und wir gehen mal weiter Leute. So eine geile LKW. Ja, hier haben wir zweite. Also wie gesagt, schauen wir mal einfach mal hier an. Also unter LKW ist es keine Kamera, weil wir fährt immer mit Gefahrguss. Also der Spiegel ist ganz normal. So Leute, schauen wir mal einfach mal weiter. So, ja, wir gehen einfach mal weiter Leute. So, hier haben wir auch noch eine hier. Einfach schön. So Leute, wir gehen immer weiter. Ja, schauen wir mal einfach mal an. Was für eine geile Teile an. Wie viel Zug haben wir bekommen? Leute, schauen wir mal einfach mal. Das ist ja auch noch eine. Einfach geil. So Leute, schauen wir mal einfach mal an. So, ja Leute, wir gehen immer weiter. Ist noch zu lange nicht fertig. Ja, schauen wir mal einfach mal hier an. Das ist ja auch noch eine. So, jetzt haben wir hier, also die letzte. Wo ist sie denn? Ja, schauen wir einfach mal an Leute. Es ist alles da. So, was haben wir hier drauf? Radindikatur und also fertig. Also ist es alles fertig Leute. Ja, wie gesagt, wir sind einfach der Beste. Ich habe es vergessen. Ich habe euch lieb. Ich habe euch lieb.